Yes! Die Sonne bricht durch! Guten Morgen zusammen! Heute eine ganz besondere Fahrt und zwar hier auf La Palma hat man die Möglichkeit, wir sind jetzt hier auf 120 Meter Höhe, also fast auf Meereshöhe, hier unten sieht man das Meer und es geht hoch auf über 2400 Meter auf den Rocque de los Muchachos, die höchste Erheerung hier auf La Palma. Also wirklich ein Anstieg 30, 35 Kilometer nonstop bergauf und ja, ist eigentlich immer ein Highlight hier. Ich werde mal versuchen unterwegs so ein bisschen das zu dokumentieren, ein paar Eindrücke zu filmen und ja, guckt euch auch mal den anderen Film an, wie wir vom Flughafen hier rüber gefahren sind. La Palma, die Insel, also eine der steilsten Inseln der Welt für Radfahrer, wo man wirklich 15, 20 Prozent und sowas fahren kann und eigentlich geht es hier nur berghoch, bergrunter. Also sehr anstrengend, aber alle, die das klettern mögen, für die ist es natürlich ein Highlight. Wir lieben das, also ist wirklich geil. Heute habe ich jetzt für die Auffahrt hier unten eine GoPro mit so einem großen Akkupack installiert und das Ziel ist es, die gesamte Auffahrt zu filmen, von hier nach oben. Ich hoffe, der Akku hält durch, Speicherplatz habe ich genug und das Ganze vielleicht bei Fullgas und wie cool als Strecke hochzuladen und das dann auch virtuell dann später auf dem Kicker mal nachfahren zu können. Ich bin gespannt, ob der Akku durchhält. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Bei Komoot habe ich die Strecke mal eingegeben. Bei meinem Leistungsstand schätze ich drei Stunden. Ich hoffe, dass ich ein bisschen drunter liege, brauche ich, um da hochzukommen. Mal gucken, ich bin gespannt und jetzt zeige ich euch mal hier den ersten Anstieg. Ja, hier ist der Parkplatz. Hier geht es los und dann fährt man hier so lang und ich bin mir gar nicht sicher, ob das auf der Kamera überhaupt rüberkommt, wie steil das hier gleich berg hoch geht. Das sind gleich 15, 18 Prozent ganz am Anfang hier so um die Kurve rum. Eigentlich muss ich mich jetzt hier auf dem Parkplatz erstmal so zwei, drei Runden warm fahren. Das Wichtigste heute ist natürlich, dass ich wegen dieser GoPro-Aufnahme nonstop fahre. Deswegen habe ich mir die Route noch mal drauf geladen, obwohl ich die Strecke eigentlich kenne. Aber falsch abbiegen wäre ganz blöd für das Vollgas-Video später. Also jetzt wirklich in eins durchfahren, möglichst wenig am Lenker wackeln und ich bin gespannt, ob das Video dann auch ganz gut wird. So, alles, was ich jetzt im Stand gedreht habe, drehe ich hier mit so einer RX100 und den Rest drehe ich halt hier mit der kleinen GoPro. Und jetzt hier in der Hand halte ich noch mal eine zweite GoPro. Die hat mir dann geliehen. Ja, und mit dieser zweiten GoPro kann ich dann hoffentlich auch während der Fahrt filmen, ohne den Film anhalten zu können. So, und jetzt noch eine kleine Pinkelpause, weil was natürlich auch nicht passieren darf, dass ich jetzt gleich anhalten muss und das Video unterbrechen muss, weil ich den menschlichen Bedürfnissen nachgehen muss. I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says, hell no. I'm gonna get drunk and smoke three packs of Tolle Vegetation hier, alles grün und anstrengend. Gleich am Anfang 20, 25 Prozent Steigung und es geht jetzt auch so weiter. Das war jetzt mal ein ganz kurzes Flachstück. Jetzt schalte ich aber ganz schnell die Kamera aus, weil hier um die Ecke wird es glaube ich auch gleich wieder richtig steil. Ja, und mal gucken, wann ich denn und Tore treffe. Die sind schon ein Stück vorgefahren. So, der untere Teil, die ersten 325 Höhenmeter sind geschafft. Ist ganz okay zu fahren hier, 5-6 Prozent. Ich merke, dass die Beine langsam schwer werden. In fünf Tagen sind wir jetzt schon knapp 11.000 Höhenmeter gefahren. 360, 370 Kilometer oder so. Und ja, jetzt merkt man das langsam in den Beinen. Da hinten sind so ein bisschen Wolken. Kann sein, dass wir da noch rein müssen. Aber vielleicht lösen die sich auch noch auf bis dahin. Und meistens fährt man nur durch durch die Wolken und kommt dann oben über den Wolken wieder raus. Wenn ihr das später mal bei Fullgas nachfahrt. Das sind den und Tore. Ein Viertel haben wir schon. Alles gut. Die Wolken machen mir ein bisschen Sorgen da oben. Tore hat hier von Sennheiser die ganzen Mikros noch mit. Ja sicher. Damit der Ton stimmt. Wir machen den Außenhandel oben auf dem Berg auf. Ja. Gute Fahrt weiterhin. So eine Stunde ist rum. 885 Höhenmeter. Ja wird doch ein bisschen kälter als gedacht hier oben. Gut, dass ich warme Sachen für die Abfahrt mit habe. Und so wie es aussieht, muss ich hier gleich einmal durch den Wolkennebel durch. Mit der Hoffnung, dass es da oben warm wird. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Man fährt durch die Wolken durch. Oben bricht die Sonne wieder aus. Und oben wird es warm. Die Hoffnung stört zuletzt. Ich hoffe, dass das diesmal wieder so ist. Was leider nicht geklappt hat, ist die Aufnahme der gesamten Fahrt für Fullgas. Leider ist die Kamera eben einmal ausgegangen. Ich weiß noch nicht, ob die überhitzt hat oder so. Jetzt konnte ich sie gerade wieder starten. Mal gucken, was daraus wird. Das muss ich mir dann zu Hause mal angucken. Was ihr vielleicht sehen könnt, was echt krass ist. Hier ist eine ganz andere Vegetation als unten. Wenn man natürlich von 0 auf 2400 Meter hoch fährt, durchfährt man natürlich ganz viele verschiedene Vegetationen und auch Klimazonen. Das ist schon ganz interessant. Alles grün hier oben. Ich habe hier noch nie auf La Prima Cue gesehen. Aber die Schilder. So, hier beginnt jetzt der eigentliche Anstieg zum Rocket and Los Buccachos. Hier der Abzweig. Bedeutet, jetzt noch mal 1300 Höhenmeter am Stück. Es ist ein bisschen frisch. 11 Grad zeigt mir der Bult an. Aber da muss ich jetzt durch. Es wird bestimmt gleich wärmer da oben in der Sonne. Die Sonne bricht durch. Vielleicht habe ich ja Glück. Jetzt stecke ich doch richtig drin hier in den Wolken. Alles diesig. Immer noch 11 Grad. Und die unteren Kehren halten einen dann schon warm. Immer so 13, 14, 15 Prozent. Hier habe ich jetzt gerade mal 6, 7. Aber da geht es schon weiter. Und ich weiß schon von den letzten Jahren, das Schild hier mit den 10 Prozent ist gelogen. Es sind 12, 13, 14, 15. Die Nebelschwaden ziehen hier über die Straße. Sieht natürlich beeindruckend aus. Muss man schon sagen. Von der Stimmung her natürlich der Knaller. Und hier auch wieder eine ganz andere Vegetation. Das ist die kanarische Kiefer, die übrigens feuerresistent ist. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Die hat hier an der Rinde so schwarze Flanken. Muss ich erstmal schalten. Das Schwarze. Das Schwarze kommt alles von Waldbränden. Und die erholt sich danach wieder. Das heißt, sie verbrennt nicht. Die Rinde ist feuerresistent. Kanarische Kiefer. Ich habe letztes Mal Pinienwald gesagt. Habe auch mal danach gegoogelt. La Palma Pinienwald. Kanarische Kiefer. Ich weiß nicht, ob beides richtig ist. Kanarische Kiefer ist sicherlich der richtige Begriff. Ob Pinienwald falsch ist oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Das würde mich mal interessieren. Bei Google bin ich nicht so richtig weiter gekommen. So, jetzt bin ich auf 1660 Meter Höhe. Immer noch in den Wolkenschwaden hier drin. Es sind nur noch acht Grad. Langsam wird es kalt. Und noch leider noch keine Sonne in Sicht. Und die Beine werden auch langsam müde. Aber weiter geht's. Yes. Die Sonne bricht durch. Endlich. Da freue ich mich. Wie erwartet. Aber ich hatte ja schon so ein bisschen den Glauben aufgegeben. Ah, das ist cool. Und fühlt sich auch gleich wieder wärmer an. Das ist krass. Das hatte ich in den Alpen auch schon mal. Unten bei 7, 8 Grad losgefahren. Oben waren es 15. Geil. Über der Baumgrenze angekommen. Weht ein frischer Wind hier oben. Aber ist noch fahrbar. Ist noch angenehm halbwegs. Bisschen kalte Hände habe ich. Und müde Beine habe ich. Ich bin froh, wenn ich jetzt gleich oben ankomme. Nicht mehr viel Saft drin nach dieser Woche. Wahrscheinlich kann man es auf dem Film hören. Vielleicht mal ein bisschen lauter. Krasser eiskalter Gegenwind hier. Bis auf den kalten Wind natürlich trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll. Guckt euch auch mal hier diesen Blick an. Riesiges Teleskop. Das ist natürlich schon echt eindrucksvoll hier oben. Dieser kalte Gegenwind, der macht mich auch echt fertig hier. Wahnsinn. Da oben ist das Ziel. Genau geradeaus. Und da oben rechts sieht man auch schon die Rocke. Das sind diese Felsbrockenrocke de los Muchachos. Lass es vielleicht noch 300 Meter Fahrt sein. Bin ich froh, wenn ich oben angekommen bin. So, oben angekommen. Auf 2400 Meter Höhe. 30,4 Kilometer am Stück berghoch. 2 Stunden 55. 2287 Höhenmeter. Ja, die Anstrengung lohnt sich. Man wird hier wirklich mit einer Hammer-Aussicht belohnt. Hier oben ist es jetzt trotz Wind relativ warm. 13, 14 Grad hier in der Sonne. Die hat doch eine ganz andere Wirkung hier in der Höhe. Trotzdem muss ich mich jetzt gleich mal warm anziehen hier für die Abfahrt. Weil das wird wahrscheinlich ein kaltes Ding. Ja und das hier sind die Rocke de los Muchachos. Frei übersetzt wahrscheinlich. Felsen der Freundschaft oder so ähnlich. Keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand. So und jetzt schnell warm anziehen. So, packen wir es. Wieder runter. Drei Stunden Berg hochfahren. Halbe, dreiviertel Stunden Berg runter. So, Dan und Tore wieder getroffen. Kleine Pause. Die Abfahrt ist arschkalt. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Läuft die Kamera? Ja. Und eigentlich wollte Ingo sagen, dass er scheiße friert. Bäh. Das kommt mir ganz gelegen hier. Kommt mir ganz gelegen hier eine kleine Pause zu machen. Ein bisschen aufwärmen. Das geht echt durch Mark und Bein. Aber, aber man muss da hochfahren. Ist geil. Auch wenn es kalt ist. Scheiß drauf. Wir haben einen Besucher bekommen. Was willst du denn? Cliff Bar? Wir haben du Cliff Bar. Cliff Bar magst du nicht. Komm her. Ich gebe dir was zu trinken. Ja, komm her. Ja, komm her. Aus. Du fressen. Das findet sie dann auch nicht so gut. Jungs, seid mir nicht böse. Ich fahre weiter runter. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wieder heile unten angekommen. Hier unten ist es richtig warm wieder. Zwischendurch die Abfahrt war natürlich ein bisschen kalt. Wer 30 Kilometer berghoch fährt am Stück, muss halt auch 30 Kilometer wieder bergab fahren am Stück. Das ist schon relativ krass so. 30 Kilometer am Stück hochfahren kenne ich so in den Alpen nicht. Das längste, was man so kennt, ist ja Stelvio, Stilfzerjoch. Da kommt man so auf 1800, 1900 Höhenmeter, die man am Stück hochfahren kann. Man startet aber halt auch bei 900 bis 1000 Metern. Hier startet man fast auf Meereshöhe und kann dann wirklich auf 2400 Meter hochfahren. Was hier jetzt bedeutet, 2300 Höhenmeter waren das. Knapp unter drei Stunden habe ich gebraucht. Ich bin ein bisschen verreckt da oben. Bin hier unten sehr emotioniert losgefahren mit 270, 280 Watt. Und das wurde dann immer weniger, immer weniger, immer weniger, je weiter ich nach oben kam. Dann kam dieser kalte Wind noch dazu. War eine kleine Herausforderung. Auch jetzt in der Abfahrt bin ich auch wieder durch die Wolken durchgefahren. Aber dafür wurde man natürlich oben mit einem tollen Ausblick belohnt. Und das ist ja immer das Schöne am Radfahren, dass man sich auch mal durch so manche Sachen und Wierigkeiten durchquälen muss. Sonst wäre es ja langweilig. Das mit der Fullgasaufnahme hat leider nicht so richtig geklappt, weil ich vergessen habe, bei dieser Powerbank einfach den Powerknopf nochmal zu drücken. Ich dachte, die lädt automatisch alles auf. Das hat nicht funktioniert. Dadurch hat die Aufnahme gestoppt. Das muss ich jetzt nochmal, ja ich muss mal gucken. Irgendwann habe ich es wieder zum Laufen gekriegt während der Fahrt. Mal gucken, was da übrig bleibt. Vielleicht kann man so den zweiten Teil, da wo man abbiegt, zum Rocket Loss mit Schadenschuss, vielleicht kann ich das als Fahrt mal hochladen bei Fullgas. Mal gucken. Ja, das war es dann auch. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und wenn euch dieser kleine Reisebericht, Vlog, Fahrtbericht, wie auch immer man das nennen mag, gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen oder einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal. Ich glaube so 40 Minuten oder so habe ich bestimmt gebraucht. Und dann warten wir erstmal bis das Auto weg ist. Ich glaube so 40 Minuten oder so.